Hey Leute, ich bin hier zu Super Smash Bros. Tony, Young vs. Dark Shadow, Dark Shadow vs. Young. Final Runde, ach nicht Final Runde, Runde 2. Ist aber glaube ich schon, ist das schon Halbfinale? Ne, ist Runde 2, ich glaube danach kommt Halbfinale. Ja doch, danach kommt Halbfinale und dann kommt das Finale. Stimmt alles so. Ja. Jetzt müsst ihr noch bereit machen, Jungs. Have fun good luck, sagt die Dark Shadow. Okay. So. Jetzt haben wir noch aufhören, Runde die beiden. Da war kein Leck, ne? Oh, gut. Ich hab wieder keinen Namen. Ja, der namenlos ist kein Problem. Wollte ich dann nochmal. Dann gibt's der Glosskuck. Keine freundliche Begrüßung am Anfang. Wir sollten ihm natürlich die Daumen, aber... ... ... er sieht gerade nicht so gut aus für mich. Aber es ist eben noch Anfang des Kampfes, ne? Ist noch alles möglich. Spiel auf Zeit. Ich glaube nicht, ich glaube nicht, ich gehe nicht, ich gehe nicht, ich gehe auf Zeit. Wäre doch mal eine Überlegung, oder? Ja. Dann nimmst du auf und death mit Bomben. Boah, ja. Oh mein Gott, was hast du denn? Du sagst, der Kick geht durch die Deaths durch. Und, wow. Oh, okay. Genau. Wenn die Arschbombe... ... lockieren müssen, ne? Hauptsache, der Kick geht durchs Feuer einfach durch, ne? Also, wenn du ihn jetzt einfach tötest, ist alles wieder weg. Das wiederum nicht. Ja, das ist nicht so einfach. Jetzt der Kick! Aber Bowser, den wird schwer rauszubekommen, ne? Der braucht 4%. Und, wow. Selbst mit einem Smash, ja? Bei fast 240%. Wow, schöner. Schöner Hieb. Schöner Hieb. Schöner Hieb. Schöner Hieb. Schlau an dich. Ich glaube, das ist der erste Kampf, der mal nicht 2-0 ausgeht, ja? Ist nämlich immer noch nicht passiert. Oh, ich glaube, der spiked dich. Der spiked dich, oder? Ne, der muss ja nicht mal. Ne, das war's. Das... Jan! Das war eine Enttäuschung! Was war da? Ja, man kann sich mit dem so schlecht retten, oder so. Ja. Musst du ja vielleicht doch mal an der Kampfversuchung. Also, nicht jetzt, gerade jetzt, weil, ne? Er spielt eingespielter Charakter. Du solltest dir jetzt keinen Dreck suchen. Wäre jetzt nicht gerade. Gut, sich jetzt einen neuen Charakter zu suchen, um ihn zu drehen, ne? Nehme einfach Schulk. Konter. Immer Konter. Nicht? Ne? Ja, drei Minuten. Bei zwei Schwergewichten ging das schnell von der Hand. Und, oh, Sonic. Sonic Map auch noch. Ja. Ich hab wieder genommen. Ich will Sonic auch gerne spielen, ja? Gut spielen. Gut. Viel Glück Jan, viel Glück. Okay. Jetzt kann ich vielleicht ein bisschen mal dazulernen, wie man mit Sonic Kill dann. Ich geh das selbst nicht hin. Oh Gott. Guck, weißt du? Ja, okay. Das will ich jetzt nicht ablegen. Aber weißt du welcher Wurf das war? Äh, der nach hinten. Ah, okay. Alter, ich hab einfach noch nicht ein Sinn. Stehst du? Wieder, ich kann nicht springen. Das ist einfach nur Scheiße. Ja. Was soll man dazu noch sagen? Ist vorbei. War schön mit dir. Keine Ahnung. Loser-Runde. Gegen, äh, SMV-E. Also ich mein, du hast bisher nicht ein Prozent gemacht. Oh, der erste Hit. Jetzt. Jetzt holst du noch alles raus. Genau. Ey, Wunder sind möglich, ja? Ne. Oh nein, ey, war das traurig. Der hätte ich mit dir den Trampolin einfach mal fertig gemacht. Der Kampf gegen... Ja, wir sind bei 5 Minuten jetzt eigentlich jetzt. Naja, es ist leicht ansehbar, dass das der Favorit des Turniers ist, ne? Aber nur leicht. 2-0. Ich hab heute den ganzen Tag nicht gespielt. So. Ha. Darkshadow schreibt, alles klar. Alles klar. Das war's, oder? Ja, das war's. Ja. Das ist, äh, Jan gegen... SMV-E, glaub ich. Ich bin ja nicht ziemlich sicher, dass du den spielen musst, weil bei mir in der Gruppe... der muss gegen Mio spielen. Also freu dich an. gegen... SMV-E darfst du ran. Okay. Gut, wir sehen uns im nächsten Kampf. Der war... kurz. Aber naja. Clan-Spieler und so, ne? Alles Cheater. Ja. Also bis zum nächsten Mal und tschau. Tschau. Dr. broke, Straf. нок Break. Einmal ja nicht. Nichts удивiges. Schrei'...